Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dienstag, der 13. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 309 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Audi und Porsche, Axel Springer, Facebook-Reichweite, Amazon Logistik, Android 9.0, Nestlab, Surface Phone, Netflix und Nokia. Ja, beginnen wir mit den beiden deutschen Automobilherstellern, die zu der VA-Gruppe gehörenden beiden Marken Audi und Porsche möchten oder werden gemeinsam entwickeln. Und zwar sind das 800 Entwickler, die an der gemeinsamen Plattform an Elektroautos, kennt ihr das, das was bei den traditionellen Autoherstellern leider irgendwie ein bisschen untergeht, herstellen. In Zukunft sollen es zwei Reihen im Bereich Audi und eine im Bereich Porsche sein. Ab 2021 sollen die Modelle auf den Markt kommen, SUV und Hochbodenfahrzeuge sollen es vor allem sein. Limousinen, Sportwagen, in die Richtung. Ich bin ja mal gespannt, wie sie es zusammenbekommen und was da genau kommen wird, so im Punkto Reichweite und andere Geschichte. Tanken muss man die Dinge ja nicht, aber Strom braucht es unterwegs. Ich bin gespannt, wir dürfen es oder wir werden es erfahren. 2021 ist ja nicht mehr so weit. Das zweite, Axel Springer hat ja in letzter Zeit ein bisschen investiert. Macht nicht nur Medien, der ganze Konzern hat jetzt in Magic Leap investiert. Nach Google und wer war dann noch? Tencent, das chinesische Riesen-Multi-Dings-Interview-Chat etc. Habe da ja schon investiert. Jetzt eben auch Axel Springer und er sieht journalistische Möglichkeiten darin. Also nicht nur Geld verdienen, wie er es mit Airbnb und Uber vorhat, sondern eben auch im Bereich Journalismus möchte er über diese Brille mit dem kompakten kleinen Rechner am Gurt einiges reißen. Ich bin ja mal gespannt, vor allem bin ich gespannt auf die Brille, die da rauskommen will. Ja, hat sich ja immer wieder mal ein bisschen verzögert bei denen. Dann, seit gestern ist es soweit. Die Reichweite auf Facebook für Seiten wird merklich oder ist merklich gesunken. Ich habe bis jetzt noch nichts bemerkt, habe aber auch noch nicht nachgeschaut, von dem her kann es gut sein. Auf jeden Fall wurde es soweit aktualisiert, dass eben nicht nur theoretisch sichtbare Reichweite zählt, sondern nur noch wirklich richtige gesichtete Reichweite. Also wenn ein Beitrag auch beim Kunden oder beim Leser, beim Benutzer von Facebook vor den Augen erscheint und nicht theoretisch unten hätte auftauchen können, wenn er weiter nach unten gescrollt hat. Eigentlich faire Geschichte. Wer das Ganze ein bisschen verfolgen möchte und sehen möchte, wie das Ganze abläuft, bis und mit zwei, drei Monaten, glaube ich, gibt es noch die Möglichkeit, parallel die alten Werte zusätzlich ausliefern zu lassen, so dass man sieht, was es der Unterschied macht. Definitiv der richtige Weg, den Facebook hier getan hat. Auch wenn ich jetzt schon wieder, oder besser gesagt, ja was heisst jetzt, rein gestern, schon wieder einige Seitenbetreiber gesehen haben, haben die panisch danach geschrien haben, dass sie total im Nichts versinken. Macht euch mal andere Gedanken darüber. Amazon möchte in Zukunft die letzte Meile noch mehr befeuern. Bei den ganzen Daily Lieferungen, also heute bestellt und auch geliefert innerhalb von wenigen Stunden, haben sie das ja teilweise schon auf eigenen Beinen aufgestellt. Hier möchte Amazon noch weitergehen, denn es gibt so lustige Hersteller, wie Hermes, DPD etc., die der Meinung sind, sie müssen die Gebühren für die Hauszustellung erhöhen, in der Hoffnung, dass der Kunde dann das selber abholt an einem Parkingstation. Ich denke, das ist die falsche Richtung und das sieht auch DHL so, denn die haben sich jetzt genau darauf spezialisiert, eben genau diese letzte Meile von diesen Parkingzentren oder eben, ja, einfach bis zum Kunden zu übernehmen. Sicherlich kein falscher Weg und eben auch Amazons Seite nicht, denn die haben ja die Kohle und oder sicherlich den längeren Atem, was das anbelangt. Die Notch wurde ja aus dem Android-Lager ganz, ganz ärgerlich, oder was heisst ärgerlich, ganz arg belächelt und, ja, nicht nur belächelt, sondern, ja, viel schlimmer, einfach, ja, verspottet. Genau, das Wort habe ich gesucht. Jetzt ist es aber so, dass anscheinend weitere Modelle auch aus dem Android-Lager, nach dem Essential Phone, unter anderem auch bei Google etc., soweit mit einer Notch kommen werden, so wie es ausschaut. Zumindest gibt es auch schon Gerüchte, dass diverse Huawei-Modelle in dem Bereich etwas Notch-mässiges machen und somit unterstützt Android 9.0, die kommende Version von Android, auch das, denn Google möchte die Notch besser unterstützen. Spannend, spannend, wie sich das immer wieder wendet, das Blatt. Dann gibt es weitere Änderungen im Hause Google. Google, vor kurzem in der ABC, oder in der Alphabet besser gesagt, Konstruktion aufgegliedert oder rausgegliedert, wurde ja die Nest-Produktion, sei es die Rauchmelder, die Thermostate oder auch die Webcams oder die, ja, die Camps für die Überwachung des eigenen Zuhauses. Jetzt ist es aber so, dass man das Ganze wieder zurückholt. Bei Google ist ja vor allem eines beständig und das ist die Unbeständigkeit. Und sie möchten verstärkt Hardware bauen und deshalb holen sie sich jetzt die Manpower und das Wissen natürlich wieder zurück, um vor allem im Bereich Smart Home da in die Richtung ein bisschen mehr zu tun. Übrigens zum Nest-Rauchmelder gibt es nächstens einen Testbericht auf dem lebessmart.ch-blog. Wenn es interessiert, reinlesen auf jeden Fall. Das Surface Phone. Ein Telefon, auf das ich so sehr gespannt bin, denn ich vermisse meine Windows-Phones, die ich hatte oder ja, immer noch hatte, aber nicht mehr in Betrieb habe, wegen fehlenden Updates. Und das soll ja dieses Jahr kommen, wenn man den ganzen Gerüchten Glauben schenken mag. Hardware-mässig soll das Ganze soweit sein, dass schon mal irgendwelche Test-Samples unterwegs sind und getestet und Prototypen gebaut werden. Nur mit dem OS hapert es noch ein bisschen. Aktuell unter Adromeda OS bekannt soll das Ganze noch das eine oder andere in puncto Feinschliff vertragen können. Und somit wird es wahrscheinlich nicht erstes halbes Jahr 2018, sondern eher zweites Halbjahr 2018. Ich drücke hier Microsoft ganz arg die Daumen, hoffe, dass sie es schaffen, alles Mögliche auszubügeln, dass der Start dieses Mal ein bisschen besser gelingen mag. Dann bleiben wir im Windows-Lager. Vor zwei, drei Monaten ist es, glaube ich, schon hier, kam für die Xbox als erstes die Möglichkeit, Dolby Atmos zu nutzen. Und zwar im Bereich Netflix, also sprich mit der Netflix-App auf der Xbox mit entsprechender Audio-Wiedergabe, also mit dem Gerät, das Dolby Atmos unterstützt, konnte man Filme in Dolby Atmos schauen. Nun ist es soweit, dass die Version für Windows 10 das Update auch bekommen hat. Wenn ihr also entsprechende Audio-Hardware habt, könnt ihr das Ganze nützen. Aufgepasst einfach, das könnt ihr nicht mit dem kleinsten oder mit dem mittleren Abo. Hier braucht ihr das teuerste Abo, was ja knapp um die 20 Währungseinheiten ist. Zumindest in Schweizer Franken, glaube ich, 15 in Euro. Zu guter Letzt kommen wir zu einer Firma, die früher mal Regenschuhe, also Stiefel verkauft hat und dann sehr, sehr, sehr erfolgreich Telefone verkauft hat über viele Jahre. Ich habe auch die ganzen Reihen da mitgemacht von ziemlich früh her. Die sind ja wieder zurück seit eineinhalb Jahren circa und haben schon einiges gut gemacht. Zumindest verkaufen sie im letzten Jahr mehr Telefone als HTC, Sony und die ganzen anderen. Vor allem auch die chinesischen Firmen, die da so heissen wie OnePlus, Alcatel, gut, das sind Franzose, etc., Maisu, genau. All diese sollen sie schon überholt haben. Ich bin mal gespannt, was in diesem Jahr sie noch reißen werden. Die ersten Ankündigungen für die MWC klingen ja schon mal vielversprechend. Das waren sie, die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Euch auf jeden Fall einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Und wir hören uns morgen am Mittwoch wieder, wenn ihr denn mögt. Euer Paul Gipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.